Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Minecraft Let's Play mit dem The Black Ace Game. Moin. Ja. Okay, das war eine scheiß Begrüßung. Egal. Ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, Holz zu sammeln. Ich habe Schädern gemacht. Das sieht mega geil aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe ein Problem mit meinen Frames. Einfach mal, ich hole mir jetzt einfach mal Holz. Ja. Wir sammeln jetzt erstmal so die erste Folge einfach nur Holz und keine Ahnung, in den nächsten gucken wir dann, wo wir ein Haus bauen können oder so. Also mein Texture Pack, also meine Kraft ist für die 1.6, deshalb sind manche Texturen noch etwas default-mäßig, aber das ist eigentlich ganz okay, finde ich. Und ich habe eigentlich schon vor einem Jahr oder so habe ich mit, also mit Justin, also mit dir, habe ich schon mal ein Let's Play gemacht. Das war aber mega so, keine Ahnung, so voll doof. Da war unser Kommentierst du einfach noch scheiße. Die hatten so voll die Bambus-Mikrofone und das hat die ganze Zeit gerauscht und so. Ich hoffe, man hört dich, weil irgendwie bist du bei mir voll heiß, bist du aber bei D-X-Ray bist du manchmal laut oder gar nicht und dann, keine Ahnung, geil. Keine Ahnung, musst du über Skype einstellen, einfach. So. Hast du eigentlich einen Texture Pack installiert? Ja, meine Kraft. Mit Schäder. Ja, ich habe Standard, ne, also. Dein ist ein Dingsgebirge da, also Sandgier. Ey, Leute, was ist denn fail? Frag mich jetzt, warum ich das gemacht habe. Egal. Ich kann einfach mal zu diesem Sandgier um da hin. Ey, bin ich blöd? Ey, ohne Witz, ne? Ich versuche ein Crafting Table zu nehmen und nimm nochmal dieses, äh, wie heißt das Ding da? Schwarzzeichenholz, ne? Habe ich auch genommen. Nein, du weißt nicht, wie ich das das meine. Ich habe versucht, damit ein Crafting Table zu machen. Du verstehst mich, wie ich das meine. Ne, egal. Es war einfach ein Fail. Müsste ich später sehen. Jo. Wenn hier jetzt so ein, äh, so ein Dings ist, ne? So eine Pyramie, das wäre mega geil. Kann sein, dass es gleich langsam dunkel wird. Ich habe eine Wolle. Loil, das ist ein Zing. Äh. Ich glaube, es wird gleich schon dunkel, ne? Es ist schon dunkel. Scheiße. Haben wir Monster eigentlich an? Denk ich mal. Die werden, glaube ich, so verkacken, ne? Egal. Hast du an? Ja, ich habe einen Hacker, nur du. Warte mal. Nein, warte, ich guck mal. Ich habe Schwierigkeiten. Äh, nein, ich habe auch friedlich. Soll ich mir anmachen? Ich glaube, dann verkacken wir aber direkt. Egal. Weil wir hatten vor allem die ganze Zeit so Aufnahme-Fails, ne? Und deswegen haben wir zehn Minuten gebraucht, bis wir endlich mal aufnehmen können. Oh, die sind an. Die sind an. Ja, danke schön. Ich, äh, verbuddel mich, meine Erde. Nein. Was soll ich denn machen? Ich verkacke. Egal. Wo bist du überhaupt? Ich bin irgendwann Marsch der Welt, ohne Witz. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe da, wo ich so samt bin, muss einfach weitergelaufen. Ich suche einfach nach einer Pyramide. Alter, ich bleibe gerade erst mal in. Das ist ein Creeper. Scheiße. Nein. Oh. Nein. Nein. Jetzt stirbt er so gleich. Ich bin halt schlecht in Nürnens. Minecraft, ja, wir wissen es. Ey, jetzt mal ehrlich, wie viel schluckst du, ey? Oh, der ist tot. Endlich. Ich brauche Steine. Sand, überall nur Sand. Oh, da ist die Pyramide. Ey, das ist die Pyramide. Du hast heute direkt eine gefunden. Ja. Boah, ist locker, Eisen und alles Mögliche drin, ey. Ja, ja. Wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich hinkommen. Leck das Server. Kann sein, warum leckt das bei dir? Leck das Server bei dir? Ja, das Server leckt. Hab ich schon gewundert, ein bisschen, ja. Hab ich schon gewundert, was mir da mit meinen Frames los ist. Hä? Das Server... Ah, nein, nein, jetzt geht's auf einmal. Doch, jetzt geht's. Kann daran liegen, dass wir das hier mit Tamachi machen? Keine Ahnung. Egal. Gut, dann... Das ist jetzt ein Megadunkel. Mit meinem Holzschwert... ...auf Monsterjagd. Ey, das ist ein Spann. Schuldiert, das Wolle, dann können wir gleich... ...ein Bett machen. Ja. Wo bist du überhaupt langgegangen? Da, wo es ein Sandbücher ist, einfach geradeaus sinkt, Bruder. Egal. Egal. Ich geh mal noch mal ein paar Holzdinger sammeln. Weil, wie ich verwirrt bin, ne? Ich wollte jetzt schon mit einer, ähm, Spitzhacke... ...Holz sammeln. Oh, ich hab voll Angstrat, ohne Witz. YOLO. Dass hier gleich so ein Irgendwo ein Creeper kommt. Ja, ich bin eben schon fast verreckt, ohne Witz jetzt. Ich hab nur noch dreieinhalb Herzen, ne? Dreieinhalb. Ja, und ich hab Hunger. Scheiße, hast du irgendwas? Nope. Da ist ein TNT-Bag. Drei Diamanten. Sag nicht, du hast ernsthaft jetzt Diamanten gefunden. Goldbarren, Goldbarren. Eisen ohne Ende. Dein Ernst? Geil. Und da unten ist TNT. Soll ich das mitnehmen? Kannst du machen. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das brauchen, aber warum nicht, ne? Falls ich nicht mal hochspringen will. Falls so, falls deine Depressionen zu hoch sind. Ja. Alter, wie geil. Schon direkt voll die geilen Sachen gefunden. Ich hoffe, ich krieg das hinterher Synchron hier, ey. Nein. Ey, was weiß ich, was ich gefunden hab? Verrottes Fleisch. Ist das nicht lecker? Alter, ich krieg grad richtig Angst. Ich bin doch da. Ich hör'n' Zombie. Ich mach' mir ein Dierschwert direkt mal. Cardia? Ja. Hörst mich nicht? Doch. Ja. Oh, scheiße. Bist du tot? Nein, fast aber. Was heißt fast, also? Ich hab' ne volle Rüstung jetzt. Ich bin noch etwas Holz am Sammeln. Ich weiß nicht mal die Crafting Rezepte dafür. Oh, ja, ja, ja. Ich hab' zu lange kein Singleplayer mehr gespielt. Also, bei mir läuft grad weg. Ich hab' ein Dierschwert. Und geile Sachen. Also, geile Rüstung jetzt nur. Okay. Ups. Zack. Okay. Äh, wenn ich hier rauskommen würde. Ich weiß aber nicht wie. Ich geh' mir mal etwas Essen holen, ne? Ey, ohnehin ist hier alles dunkel, ne? Ich komm' hier nicht raus. Stell' die Helikad hoch, hast du aber, ne? Ja. Dann baue ich hier irgendwie Fackeln. Ich hab' keine Kohle. Ja, dann mach das mit Holz. Alter, hier sind überall Zombies. Ich schreck gleich. Dann mach' die Holzkohle. Warte, ich mach' mal. Ja, so klappt's. Oh, da ist ein Zombie. Und da ist ein Skelett, da schwimm' ich nicht hin. Ups, so. Was? Oh. Ich find' das immer so lustig, wenn du... Alter. Ich glaub' ich verrück' gleich. Ja, was soll ich denn sagen, ey? Ja, aber ich hab' obwohl ich dir Sachen hab'. Hier sind überall Zombies und... Alter. Ja, du übertreibst auch Dreck und machst das oft normal. Das ist egal. Also egal. Chillisch. Die stehen auf einfach, okay? Wenn ich wüsste, wo du bist, dann... Alter, hier sind kleine... Äh, äh, dienst hier Zombies. Hey, lässt das Körper gerade aufmachen? Dein Ernst? Ich hatte dir Sachen, Mann! Auf einmal explodiert ein Creeper hinter mir auf einmal... Ah, schön, ist noch ein Creeper. Tja. Ich hab' dir gesagt, übertreib's nicht. Elektro ist schon aber auch grad so hart bei dir. Nö. Bei mir? Ich hab' grad mal 5 FPS, jetzt ohne Witz. Hä? Ist ja auf einmal Tag geworden, wie konnte das denn nur passieren? Was denn? Guck' mich nicht so an, ich hab' gar nichts gemacht. Ja, ja. Ja. Ich kann's doch nicht mal machen. Ey. Was ist denn jetzt mit den Frames los? Wie viel, wie viel Frames hast du? 5. 5? Ja. Ich hab' 50 Grad mal. Grad mal. Mit Shader aber so. Muss ich 45 zufrieden geben. Also ich wär' voll zufrieden mit 5 FPS. Ich glaube, das liegt daran, dass ich kein Ding mehr habe. Egal. Nein. So, die Folge ist auch gleich zu Ende. Ja, wir nehmen jetzt schon so 9 Minuten auf. Wie geil, sollen wir jetzt die Aufnahme beenden? Weil... Ja, ich muss meine Sachen zurückholen. Ja, okay. Ich kann mich einfach die Folge beenden, ohne meine Sachen zu holen. Ich hab' ein Dier-Schwert. Hallo? Ein Dier. Mir leckt es gerade. Ich weiß auch warum. Das hätte ich alles vor der Aufnahme schon machen müssen. Egal. Aber jetzt mal echt, wie viele Aufnahme-Fails wir vorhin hatten. Wir haben schon irgendwie 15 Minuten versucht irgendwie aufzunehmen. Aber da ist immer was dazwischen gekommen. Alter, mein Lüfte so laut gerade aber so richtig. Hör ich an sich gerade nicht. Schöss richtig, mega laut. Och, da hab' ich die Sachen. Oh, ist das schön. Täh. Äh, so wie ne mit 10 Minuten ungefähr auf. Oh, Junge, man. Junge, mein Spaß. Hast du immer noch auf normal eingestellt? Mach mal erstmal auf einfach, das reicht. Soll ich mal auf hart stellen? Also, dann ist das bei dir auch hart. Ne, lass mal. Ich mach' jetzt hart. Nein. So. Ist jetzt auf leicht. Boah, das ist richtig hart, ey. Ist auf leicht. Ja, ich weiß. Gut, ich geh' jetzt einfach mal weg von hier. Ja. Ich bin in so nem... Wo bist du eigentlich denn so? Was für ein Gewirge? Ich steh' hier gerade rum, weil es bei mir gerade leckt. Ich hab' 6 FPS. 6. Ja. Soll ich dich zu mir porten? Das ist, äh... Nein. Du musst noch mal zu mir. Ja, das machen wir alles im nächsten Fall. Lass mal kurz ne, ähm... Aufnahmepause machen. Beziehungsweise kurze Aufnahme unterbrechen. Na, ich mach' jetzt in 30 Minuten Folge. Ja, ja. Ich hab' sonst die erst gefunden. Dein Ernst? LOL. Für die erste Folge ist das nicht etwas übertrieben, oder? Spaß, Mann. Ich hab' gar nicht gefunden. Ich hätte es aber... Heir hat's in Diamant? Doch, ich hab' es in zwei Minuten. Ich hab' dir erst gefunden. Achso. Ich hab's in dir erschwert. Was hast du für ein Schwert? Holz. Läufe bei dir. Ich hab' eine volle Diarrüstung und, ähm, Goldrüstung. Alter, guck mal, wie das lebt. Kannst du ja niemanden antun. Ich, äh, dein PC tut mir voll leid irgendwie. Dankeschön. Ah, dein Laptop, sorry, dein Laptop. Okay, geil, ich bin zumal die Aufnahme, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, Bewerten und Kommentieren nicht vergessen. Und ja, haut rein, euer BlackGaze. Euer Kadex.